Hallo Luca! Sag mal wie alt du bist? 16! Hast du eine Freundin? Nein! Und noch bist du auf der Schule? Bei dir! Wirklich? In deiner Klasse? Wirklich? Warst du schon mal auf Mallorca? Nein! Willst du mal hin? Ja! Mit einer Freundin Party machen? Bei wem bist du heute um hier, wem Jürgen träfft? Bitte! Bist du wem Jürgen träffst du? Ja! Weniger bis uns? Nein! Gut! Willst du mal irgendwas sagen, was schon immer mal los wäre? Nein! Nein! Okay! Dann hast du jetzt jemand eine Grüße? Ich grüße meine Familie und meine ganzen Freunde! Und unsere Klasse? Und unsere Klasse! Okay, gut!